Hey Freunde, ich bin Slami und Leute, heute gibt es mal wieder ein mega cooles Video und zwar werde ich meine Freundin Emily trollen im Baubattle und zwar werde ich einfach ihr ganzes Bauwerk kopieren und dann bei mir auf der Seite einfügen Ich bin schon mega gespannt auf ihre Reaktion und Leute, lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, let's go! Hey Freunde, ich bin Slami, willkommen zu einem neuen Video von mir und Leute, heute gibt es mal ein mega cooles Baubattle mit der lieben Emily Hallo! Also Freunde, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst und schreibt noch ein nettes Kommentar, damit ich euch in den Kommentaren ein Herz geben kann und wenn ihr das alles getan habt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Lamy Army und ich würde sagen, Emily, bist du bereit für das legendäre Baubattle? Oh ja, und Lamy, bist du denn überhaupt auch bereit? Natürlich bin ich bereit, ich werde heute auf jeden Fall gewinnen Und Emily, wir beide bauen heute ein modernes Haus, okay? Okay, das wird richtig cool Oh, natürlich wird es cool, vor allem weil Emily nicht weiß, dass ich sie heute trollen werde Aber Emily, bist du denn bereit? Natürlich, bist du denn auch bereit, Lamy? Oh, auf jeden Fall, dann würde ich sagen, wir haben jetzt ungefähr 5 Minuten Zeit, unser Haus zu bauen Okay, oh, ich bin schon so gespannt, was du bauen wirst Oh, natürlich auch ein mega cooles, modernes Haus So, Freunde, ich würde sagen, wir trinken jetzt erstmal den Unsichtbarkeitstrank So, oh, und tada, Freunde Und jetzt werden wir einfach mal gucken, was Emily so baut Na gut, ähm, Emily, wie sieht's bei dir aus? Hm, ich mach erstmal was in den Vorgarten so Hm, mal schauen, und bei dir so? Oh, ähm, bei mir ja, ich mach grad auch noch gerade erstmal den Boden Und, ähm, ich glaub, den Boden mach ich auf jeden Fall aus Quarz Oh, okay, interessant Ich mach meinen Boden auch aus Quarz Vielleicht bauen wir dann was ähnliches, Lamy Äh, warte mal, machst du mir etwa nach, oder was? Äh, was sagst du da? Ich guck doch gar nicht rüber Ja, das will ich doch hoffen für dich Okay, ich glaube, ich mach hier noch so einen schwarzen Weg hin Ich glaub, das sieht eigentlich ganz gut aus bei mir Oh, ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich baue auch einen schwarzen Weg hier hin Äh, okay, ich glaube, wir bauen irgendwie ein bisschen das Gleiche, kann das sein Äh, ja, das kann wirklich sein, Lamy Schaust du etwa rüber? Nicht, niemals, ich bin schon, äh, fast fertig Äh, fast fertig? Was, was erzählst du denn da? Äh, natürlich, also, ich bin hier gerade wirklich, äh, schon beim Boden dran und bei der Tür und sowas, bei der Dekoration Okay, interessant, mal schauen, ich bin echt gespannt, was du baust Ich baue auf jeden Fall was mega cooles Oh Ich hab sogar ein Trampolin bei mir Äh, ein Trampolin? Oh, wie cool ist das denn? Ich hab noch kein Trampolin eingebaut Hm, was könnte ich noch hier hin bauen? Oh, ich glaub, ich hab ne Idee Ich mach jetzt noch einen coolen Garten hier hin Oh, ein coolen Garten, das hört sich wirklich schön an Ich glaube, ich mach auch einen kleinen Garten hier hin Oh, okay, ich bin schon mega gespannt So, und, ähm, ich glaube, bei mir sieht's mittlerweile ganz gut aus, Emily Oh, wirklich? Hm, ich glaube, bei mir sieht's auch ganz in Ordnung aus, oh Ich glaube, ich mach noch hier ein bisschen Blätter vor mein Haus hin Dann sieht das alles noch viel moderner aus Da ist ein Creeper, oh Gott, was macht der Creeper denn hier? Äh, ein Creeper? Pass auf, dass er nicht vor deinem Haus explodiert Hey, weg mit dir, du blöder Creeper, was machst du denn hier? Moment mal, hey, äh, die blöden Creeper, ich glaub, äh, bei mir ist auch ein Creeper Äh, was wirklich? Äh, wie kommen die denn hier hin? Äh, ich weiß es leider nicht, oh Gott, oh Gott, bei mir sind sogar drei Creeper Äh, was? Warte mal, bei mir sind auch drei Creeper Hä? Warte mal, nicht, dass uns hier gleich irgendjemand trollt, oder? Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn, oh, was ist, wenn Lix heimlich uns trollt Oh, das wäre eine gute Idee Oh, da müssen wir einfach mitmachen, damit er nichts merkt Alles klar, ich verstehe schon, Emily Okay, so, äh, wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Äh, wir haben noch ungefähr zwei Minuten Äh, warum ist denn hier Lava? Oh Gott, das muss ich wegmachen Lava? Oh Gott, oh Gott, beeil dich lieber, Emily Oh, Mist, ich muss mich echt beeilen So, jetzt mach ich hier noch Wasser hin Wasser? Warte mal, ich mach auch Wasser vor mein Haus hin Oh, wirklich? Also machst du auch so einen schönen Pool? Äh, natürlich mach ich das Und so mit blauem Glas und, ähm, so Graz, äh, überall Das sieht eigentlich ganz gut aus Ich mach auch blaues Glas und Graz auch hier hin Hm, sehr komisch, Lamy Oh, ja, ich glaube, nämlich du guckst bei mir ab, Emily Äh, was redest du denn da? Aber ich muss mich jetzt mal wirklich beeilen Ich hab fast keine Zeit mehr für das Haus Oh, stimmt, das kannst du laut sagen, deswegen, Emily, beeil dich mal Oh Mann, oh Mann, du musst dich aber auch wirklich beeilen, Lamy Das mach ich Und Freunde, ich würde sagen, wir warten jetzt ein bisschen, bis Emily weitergebaut hat Und dann kopieren wir einfach ihr ganzes Haus Äh, aber Lamy, wie sieht's eigentlich gerade bei dir aus? Ähm, bei mir, bei mir sieht alles tiptop aus Und ich würde sagen, ich komm jetzt auch zur Dekoration Oh, ich komm jetzt auch langsam zur Dekoration Und, hm, wie wirst du dein Haus ungefähr einrichten? Hm, auf jeden Fall ganz, ganz modern Okay, das werde ich natürlich auch machen, denn das ist auch eigentlich das Thema Oh, Gott, oh Gott, ich muss mich wirklich beeilen, wir haben nicht mehr so viel Zeit Oh, ja, du hast recht, ein bisschen Beeilung So, oh, zack, Freunde, jetzt kommt die ganze Magie ins Spiel Und, ähm, Emily, du musst dich wirklich beeilen Ja, ich beeil mich ja schon Und, oh, mein Haus sieht ziemlich cool aus Oh, wirklich? Ich bin so gespannt, wie dein Haus aussehen wird Oh, das wird auf jeden Fall mega cool aussehen, das verspreche ich dir, Emily So, dann würde ich sagen, kommt hier das Bett hin Und, äh, Emily, du musst dich jetzt wirklich ganz, ganz doll beeilen Okay, Lamy, das werde ich auf jeden Fall machen Keine Sorge So, dann kommt hier noch eine Lampe hin Und, ähm, ich würde sagen, hier kommt noch ganz, ganz viel Blumen hin Das darf natürlich auch nicht fehlen Oh, Blumen also Und ich glaube, mein Haus sollte jetzt eigentlich so gut wie fertig sein Oh, wirklich? Ich bin auch gleich fertig Warte kurz, Lamy Oh, ja, alles klar, ich warte schon So, ich mache, glaube ich, noch eine Couch hin Und dann sollte ich wirklich komplett fertig sein Okay, Emily, brauchst du noch Zeit? Äh, ich brauche nicht mehr lang, Lamy Warte noch ganz kurz Okay, dann würde ich sagen, du hast noch ein paar Sekunden Zeit Oh, Emily, aber ich verspreche dir, bei mir sieht es mega modern aus Oh, wirklich? Wow, ich bin echt gespannt, Lamy Hm, das bin ich auch, wie deins wird Deins wird bestimmt, hm, ganz, ganz öde sein Hä, ganz, ganz öde? Was erzählst du denn da? Meins wird total schön und cool Ähm, das glaube ich dir nicht Aber, Emily, die Zeit ist jetzt um Okay, Lamy, ich bin ja jetzt auch fertig Alles klar, dann kannst du rüberkommen Äh, was ist denn hier passiert? Oh Gott, Lamy, warte ganz kurz Äh, was ist denn los bei dir, Emily? Oh Mann, oh Mann, irgendwer macht dir ein paar Trolls So, jetzt kann ich aber Äh, Lamy? Ja? Das, das sieht ja eigentlich total gut aus, aber Das sieht genauso aus wie meins Moment mal, was meinst du damit, Emily? Äh, hast du mich etwa getrollt die ganze Zeit? Das ist ja genau das, was ich auch gebaut habe Äh, was meinst du denn, Emily? Das sieht doch cool aus, oder nicht? Äh, ja, natürlich sieht das cool aus Äh, weil ich es gebaut habe, Lamy Äh, hey, was soll das denn heißen? Äh, ich hab das gebaut Hast du etwa abgeguckt? Abgeguckt? Moment mal, was meinst du denn überhaupt? Äh, Emily? Das sieht genauso aus wie meins Moment mal, Emily Hey, du hast mir total nachgemacht Äh, warte mal Du hast mir nachgebaut Das weiß ich doch ganz genau Äh, nein, nein, nein Die Zuschauer müssen jetzt in die Kommentare schreiben Hab ich Emily nachgemacht? Ich doch nicht Ich hab das alles selber gebaut Oder, Freunde? Aber, Leute, ich würde sagen Das war's auf jeden Fall mit diesem Video Wenn es euch gefallen hat Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren Und die Glocke zu aktivieren Damit ihr keine Videos mehr verpasst Und schreibt noch ein nettes Kommentar Und ganz, ganz wichtig Ihr müsst unbedingt bei Emily vorbeigucken Dort haben wir auch coole Videos aufgenommen Und da würde ich sagen Sehen wir uns morgen beim neuen Video wieder Ansonsten checkt die letzten Videos ab Die sind auch mega cool geworden Und tschaui Tschüss Musik Untertitelung des ZDF, 2020